Jetzt Bonus kassieren auf admiralbett.de Ich bin der Mert, 21 Jahre alt, spiele beim FC Anadolu Bayern. Ich bin der Zeno, 23 Jahre alt und spiele auch bei Anadolu Bayern. Das sind die Tipps für heute, beziehungsweise für die Bezirksliga. Fürs für Bruck gegen Reisdingen. Ganz klar Bruck, oder? Ich sag Bruck, ja. Mirza macht's. Mirza? Derrick wird's machen. Derrick. Ich würde sagen 2-0. 2-0, ja. Lime gegen Herakles München. Ist für mich Favorit auf jeden Fall SVN. Okay. Stark besetzte Mannschaft. Okay. Wie steht's denn, was sagst du? Ich sag 3-0 für 3-0 SVN. Okay. Hertha München gegen Unterpfaffenhofen. Da ist mein Bruder im Tor bei Hertha, der Taschi. Da würde ich sagen 2-0. Unterpfaffenhofen. Kriegt der Bruder kein Tor, oder was? Bro, er kassiert 2. Ich sag dir gleich. Er wird 2 kassieren. Okay, ja. 2-0. Anadolu Bayen gegen Bad Heilbrunnen. Ganz klar. Ganz gar Anadolu. Wie viel? Was sagst du? Ich sag mal, es wird ein spannendes Spiel. Ich sag mal 2-1. Okay, das klingt gut. Pansberg gegen Denklingen. Schwierig. Unentschieden. 3-3. Ganz klar. Aubing gegen Berg. Aber nicht hoch. 1-0. Das sind gerade auch nicht so stark. Sagen wir Aubing 2-1. 2-1. Okay. Und spielfrei Pansing. Der gewinnt da. Ganz klar Pansing, glaube ich. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps.